Hallo miteinander. Morgen muss ich leider aufs Turnier. Es soll ganz schreckliches Wetter werden. Ich bin auf dem Late Entry in Weinsberg. Ich hoffe, es sucht mich trotzdem einer, wenn es heute den ganzen Tag regert und schneit, bevor ich mich dort zu Tode friere. Ich will euch ein paar neue Sachen zeigen. Also erstmal haben wir ganz viele neue Schabracken gekriegt. Ist nur ein kleiner Auszug. Aber die bunte gibt es zum Beispiel auch im Pony. Auch mal interessant, wenn es Shetty was ganz Schrilles braucht. Und hier habe ich eine neue Lampfe. Lädergurt von BR mit abnehmbarem Lampfeil, das man separat wäschern kann. Und der kostet 99 Euro. Den wollt ihr euch zeigen. Außerdem sind eingetroffen ganz viele Lädergurte, Stollergurte von Kentauer. Viele neue Zäume, auch schon ein Teil neue Begleitung, auch Turnierbegleitung und Hose. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr mal vorbeischaut. Ciao. Ciao. Ciao.